Es ist ein lauter Protest gegen die Corona-Maßnahmen im Land. Ein Protest, angeführt vom Präsidenten selbst, Jair Bolsonaro. Das ist gelebte Demokratie. Ich fühle mich geehrt. Die Regierung hat die Behandlung von Infizierten nach Kräften unterstützt und wir hoffen, dass wir bald von diesem Problem befreit sein werden. Herzlichen Glückwunsch an uns alle. Doch das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Mehr als eine Viertelmillion Menschen in Brasilien haben sich mittlerweile infiziert. Allein in den vergangenen 24 Stunden über 10.000. Eine klare Strategie gegen das Virus nicht erkennbar. Das Land taumelt in eine Katastrophe. Und das Gesundheitsministerium steht ohne Führung da. In kurzer Zeit hat nun schon der zweite Gesundheitsminister seinen Rücktritt angekündigt. Grund, Differenzen mit Bolsonaro. Ein Kollaps des Gesundheitssystems droht. Eine Gefahr vor allem für die Schwächsten im Land. 38 der 114 indigenen Völker berichten über Corona-Fälle. Die Abholzung birgt ein großes Infektionsrisiko. Es wird tief in indigenes Land vorgedrungen und die Holzfäller können Covid-19 in die Regionen tragen, was die lokale und indigene Bevölkerung in Gefahr bringt. Für die Indigenen ein Kampf an zwei Fronten. Denn die Holzfäller haben unter Bolsonaro freie Hand. Allein in diesem Jahr wurden mehr als 1300 Hektar Wald auf ihrem Gebiet gerodet. Dass sich das ändert? Unwahrscheinlich. Vom Präsidenten jedenfalls können sie keine Hilfe erwarten. Für die Indigenen. Für die Indigenen. Und das ist dasاشetzen. 20 Jahre alt ними helft. Vielen Dank.